Hallo! Hallo! Ok, Spukball! So, Laubklinge! Und dann bist du weg! Endlich! Hm. Und da kommt das Nasen wieder. Oh, ein Numpy. Oh, Lebe 29. Da bleib ich so. Ich krieg irgendwie immer deine Pokémon. Boah, das ist sogar ein niedriges Level als meins gewesen. Hatte ich ein gutes. 38 oder welches hatte ich? Nee, nee, hatte ich 29 so, ne? 28, 29, glaub ich, ne? 28, ja. Kommt hin, boah, mach ich die Erdbeben, wenn das nur ein Pinselkaffee hat. Na egal, Nasen hier wurde besiegt. Hat die Sorts noch Pokémon? Ja. Medi-Dalis, das ist Psycho-Kampf? Glaube ja. Da sollte ich... Puh, was mach ich dagegen? Spukball. Spukball, ja. Oder Aeros. Ich hab jetzt gewechselt, das nehm ich Spukball. Park, gegen's Headset. Nein, nicht noch mal. Mentalkraft, Schwukraaa... Nein, du machst den Turmkick und das zieht viel wahrscheinlich. Knapp. Da muss ich mich heilen. So, Spukball, der Effektiv-Tunkt. So, eh, Michelle wurde besiegt. Gibt's da irgendwas? Nö. Sagt draus. Ähm. Okay. Wo war denn das jetzt, wo man... Mit der langen Stelle da... Erstmal heilen hier. Endking. Und... Wer noch alles? Schoki... Sind mir grad überhaupt nicht gefallen. Und... Reven auch noch. Und wahre Heile hab ich auch dabei. Ich hab alles, alles für jeden. Wo war denn das? Hier. Kann ich... Was kann ich hier machen? Steine... Schieben. Kann ich machen. V-M-Einsetzen, V-M-Einsetzen, V-M-Einsetzen. Gibt's das wie für einer? Bäm. Und nochmal ne V-M-Einsetzen. Wer hätte das gedacht? So, jetzt kann ich hier rein endlich. Und hier ist... Sieht es gut aus. Schick. Pass auf, Pokéball. Und hier ist ein Trainer. Sollte ich schon fast wieder draußen sein, ne? Ja, ist schon wieder Licht hier. Okay, Typ mit grünen Haaren. Was hast du wie Pokémon? Noctusca. Ein grünes Pokémon. So, was ist Noctusca? Ist Unlicht. Und Pflanzen. Soll eine Psychokinese gut sein? Nein. Nicht? Ist kein Unlicht? Ja, Unlicht. Ach, Scheiße. Es trifft nicht. Ah, doch. Es trifft. Sollte treffen. Ja. Nein. Sollte nicht treffen. Ja, ist ja gut. Pokémon. Axido. Du hast... Feuerattacken. Pinter. Boah, das ist ja... Zu? Bin ich schneller? Wahrscheinlich nicht. Ich find die Stelle hier nicht. Fuck. Axido. Wir haben wahrscheinlich schon so dreimal dran vorbeigeschwommen oder so. Ich glaub mir, da kannst du nicht vorbeispielen. Das ist ne große Stelle, genauso wie die... Doch, ich bin dran vorbeigeschwommen. Echt? Ja. Oh. Ich war erst bei der Stadt, bevor ich da war. Was ist das hier? Wo muss ich denn? Was kann ich denn noch gegen Natusca machen? Eros. Hier sieht doch gut aus. Ja, richtig. Eros zieht doch ab, oder? Jo. Mach ich das. Okay. Stachler. Pfff. Scheiße, ich sauer auf. Weil das sein einziges Pokémon ist. Und weg mit dir, endlich. Es war gut, es war ein schweres Pokémon. Oder ich hab mich einfach blöd angestellt. Okay, die Stelle ist echt riesig. Wie gesagt. Ich bin wahrscheinlich von der obersten Stelle angeschwommen. Okay, jetzt müssen wir das mal wieder heilen. Ja, ich will nach oben. Endking. Und Leber. Okay. Noch ein Übertragen. So. Okay, jetzt kannst du weitergehen. Hier lang. Oh, oh, ich weiß jetzt was kommt. Sicher, sicher, sicher. Jetzt kommt nämlich noch, ich glaub der kommt jetzt, oder? Ja, der kommt. So, dann kommt jetzt noch einer. Der ein Pokémon hat, das ich auch hab. Und zwar Heiko. Ja. Haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen. Ja. Ja. Auch schon lange nicht mehr verloren. Okay, jetzt komm ich. That's disgusting. Und der hat grüne Haare. Wer hätte das gedacht? Das muss in Mode sein. Ja. So, Endking. Ja. Nicht die beste Wahl. Nicht die schlechteste Wahl. Mach mal Schockwelle. Mal gucken, was das abzieht. Sollte nicht viel abziehen. Warum? Ist doch flug. Puh. Ist nicht effektiv. Ist Drache oder wie? Ja. Scheiße, hab ich nichts gegen. Ist nur Drache? Drache flug. Da hab ich ja nichts gegen. Spukball. Mal gucken, was das abzieht. Noch weniger wahrscheinlich. Das hast ja sowieso erstmal Bodyguard gemacht. Boah. Scheiße. Psyokinese will ich behalten. Also heißt es wechseln zu Reven. Warum auch immer. Ich will nur gucken, was du so ausrichten kannst. Das war scheiße. Na super. Das hab ich toll gemacht. Gleich wieder wechseln. Das war zu irgendeinem random Pokémon, das sterben kann. Genau deswegen. Was hat der da so? Und jetzt kommt Choki, zeig mal was du kannst. Surfer sollte nicht viel abziehen. Punkt Sprung auch nicht. Ich mach einen Konfu-Strahl erstmal auf dich. Du scheinst nervig zu sein. Level 38. Wollen wir. Wir paralysiert. Und Bodyguard schützt. Natürlich. Das ist nun gemacht. Konfu-Strahl. Das geht nicht, wenn der Bodyguard hat. Ach, ich dachte jetzt nur einmal. Ach, krass. Nein. Dann mach ich. Das sieht mir ja. Ich probier einfach beides mal aus. Komm hier hin. Das sieht mir richtig aus. Ich will erst den anderen Weg gehen. Der mit seinem Feuer oder? Das sieht mir auch richtig aus. Okay, machen wir mal Surfer. Er wird zurückgerufen. Wo komm ich hier hin? Ja, komm. Welchen ruft der? Rosalia. Okay. Werde ich auch wechseln. Das sollte nichts abziehen. Genau. Pokémon wechseln. Und zwar zu Endgame. Dafür brauche ich meine Psychokinese. Die eine, die ich noch habe. Zauberblatt. Schwerstes Rätsel ever. Ja. Psychokinese. Ich hätte den anderen angeschoben. Oha. Wurde es auch egal wer. Ähm. Hier sieht alles... Oh, ich bin nicht irgendwie im Kreis gegangen oder was? Tja. Rosalia ist tot. Was? I'm confused. Ich bin eigentlich ganz schnell durchgekommen. Schokolreich level 38. Und er setzt Eneko. Das ist normal. Was ging normal effektiv eigentlich? Kampf. Kampf. Hab ich nicht. Machen wir Erdbeben. Das sollte was abziehen. Guck mal was. Kann man... Da kannst du nicht lang. Doch. Stimmt. So blöd bin ich auch nicht. Ja, ich habe eine Wand übersehen. Eneko. Wahrscheinlich bist du schneller als ich. Nehme ich mal an. Deswegen hoffe ich, dass du mir nicht viel abziehst. Ich sollte mein ganzes Team hier aus der Victory Road fahren. Weil ich bin so schlecht gerade. Okay, das war ein Volltreffer. Das sollte ich noch was aushalten. Erdbeben. Mh. 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 Ah, okay. Zuschuss. Das bringt. Hegelsamen. Hat keine Wirkung. Fail. Laubklinge zieht das mehr ab. Warum setzt... Ja, super trinke. Ist das ein Idiot? Das hat doch nur die Hälfte etwa. Weniger. Egal. Egal. Mein wegen. Laubklinge zieht im Vergleich viel ab. Eroas zieht noch weniger ab, würde ich sagen. Also Erdbeben. Vielleicht stirbt es. Jep. Cool. Noch ein Pokémon tot. Altaria wieder. Da wechsle ich und... Ja... Was mache ich da? Erstmal heilen. Brettchen. Oder was auch immer. Wiesel. Egal. Erdbebenchen. Übertragen. Alles durchgehen. Hund. Katze. Maus. Zebra. Tiger. Ah, wen heilen wir? Wir heilen... Warte. Ich kann da auch unterschwingen. Macht das im Unterschied, ob ich jetzt... Hier war ich doch auch schon mal. Was? Wie bin ich hier aus? Was? Was? Hehehe. Okay, ich kann auch wen halten, das ist gut. Nein, nein. Ja, ich möchte stärker einsetzen. Schuroki. Ja. So, dann ist das tot, okay. Schade. Und dann versuche ich mal mit... Axilo will ich was auszurichten. Ich glaube, das ist eigentlich eine relativ starke Attacke, oder? Ja. Machen wir mal einen Stampfer. Mach deinen Bodyguard ruhig. Die Höhle verwirrt mich. Ne, Stampfer zieht nicht so viel. Akkorde zieht weniger wahrscheinlich. Also... Ja. Altaria ist gut. Ne, hast du nicht schlecht gemacht, Heiko. Okay. Und Axilo hat den Stampfer ein und Axilo tötet. Gut gemacht. Magneton. Da bleibe ich bei Axilo, aber ich sollte dich erst mal heilen. Heilung. Ich habe voll viele Übertränke verbraucht. Richtig viele. Aha, okay. Ja, da man sich am Anfang so gut entscheiden kann, gehe ich jetzt mal hier hin. Ja. What the fuck zieht Donnerblitz ab? Lege ich mal da hin. Warum zieht Donnerblitz so viel ab? Weil ich das kann. Guck mal hier oben. War das gut? Dann muss ich mit etwas anders angreifen. Und zwar mit... Wo komme ich hier hin? What? Oh mein Gott. Zum Start wieder? Zum Start wieder? Oh Gott. Warum bin ich da so einfach durchgekommen? Die Plätte jetzt auch noch. Jetzt im Ernst? Was soll das? Ganz zum Start. Wenn ich aus dem Raum davor rausgekommen wäre, wäre ja okay gewesen. Ganz zum Start wieder. Da muss ich mal einen Fußgarten machen, mache ich einfach mal. Immer kommen wir kaum Pokémon. Gar keinen, oder? Kaum. Ich bin paralysiert. Boah, ich weiß nicht, was gegen Magneton machen soll. Besonders ein Fehler hatte ich schon mal. Nein. Aber diesmal habe ich keine Psychokinese da. Boah, Surfer zieht nicht schlecht. Oder er sieht seinen blöden Supertrank ein, der ihm nichts bringt. Ah, doch, der bringt was. Und ich bin paralysiert ja, da bringt es noch mehr. Oh, ich bin paralysiert ja, da bringt es noch mehr. Tobi. Donderblitz. Danke für die KP. Yeah. Gehe ich immer den anderen Weg, meinetwegen? Nein, Superschall. Was passiert, wenn ich hier lang gehe? Ich gehe gar nichts. Ja, Schocki, du bist verwirrt. Ja, dann geht wohl nur da lang. Yeah, Magneton wurde besiegt. die kleine schieberätsel wieder du bist dass er natürlich rauskommen oder ich weiß es nicht wora die wird das letzte pokémon da machen wir mal epic battle ich verkacke ich jetzt sogar noch bei dem schieberätsel nein so gerade wir gegen gerade für oh mein gott und er ist drei level höher das soll mir aber hoffentlich nichts auf und ich habe synchro kopiert schon wieder spukball du bist schlecht weißt du dass du das psychokinese in mich ein so war sie eindeutig mehr ich war noch ein gedanken gut vorher ich mache ich dann nicht mit der nächsten attacke gleich tot will ich doch nicht mal sehen brauchst du keinen blöden supertrank einsetzen ja ich werde das pokémon witzenden teilweise schmuckball gut gemacht endking auf volltreffer noch besser ja ja mit rohr blablabla doppelkick wow ich werde mal stärker wer hätte das gedacht eines tages und dann habe ich die siegesstraße hinter mir der der wie soll ich jetzt noch einholen also noch nicht verkack ich jetzt ich hoffe hat nie in der top 4 alle pokémon über 40 über 50 wenn dann ist es scheiße so erstmal heilen kirak yes so dann gehen wir noch einkaufen wir kommen wir kaufen top genesung ist teuer kaufen wir fünf stück von noch im schieberätsel beleber kaufen wir man kann nicht genug haben 13 stück von war das war das schlau ich weiß es nicht kaufen wir noch hypertränke und der rest geht noch mal für beleber drauf noch mal sie beleber so das war ein geld